Ich war mal wieder in einem Secondhand-Land und habe mir da so eine Lampe geholt und ich finde die so ziemlich hässlich, aber ich sehe das Potenzial, deswegen habe ich die erstmal auseinandergebaut und mich um diese Glasteile von dem Schirm gekümmert, weil die finde ich so, wie sie sie jetzt sind, relativ hässlich, deswegen habe ich mir Acrylfarbe genommen und einfach diese Rosen erstmal ausgemalt, die da reingebrannt sind oder drauf gemalt sind und dann habe ich noch Glasfarbe genommen und das alles umrandet, erstmal mit so einem helleren Rosa, das habe ich dann zweimal, also in zwei Schichten aufgetragen und dann habe ich noch so ein bisschen dunkleres Rosa genommen und dann habe ich das einfach alles wieder zusammengebaut, genau und dann habe ich noch die Energiesparlampen ausgetauscht, sorry, das ist mein Guilty Pleasure, ich hasse Energiesparlampenlicht und genau, das ist das super tolle Endergebnis und ich finde, das ist echt richtig cool geworden und auch mit dem Licht und die Lampe ist irgendwie mega cool, weil die reagiert auf Berührung irgendwie und ich finde die richtig cool, ich hoffe ihr auch, danke, tschüss!